Ja, wie gesagt, das war ein gestehter Part, Absage ist nicht lang. Eigentlich kann ich nur sagen, wir sehen uns nächsten Part. Wir werden, ja genau, die Code-Eingabe werdet ihr dann wieder sehen. Das lasse ich raus. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zum nächsten Part. Und da macht ihr schon recht los. Go. Oh, und dein Go kommt mal mit. Endlich. Das habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Level 3 Days Later. Wie oft wirst du die eigentlich hochladen? Muss ich mir auch mal angucken, die Parts. Wird ich denn sehen. Erst mal ein bisschen aufnehmen. Jaina. Ihr müsst weiser als der König sein. Das Ende ist nah. Mich interessiert dieser Unsinn nicht. Dann habe ich hier meine Zeit vergeugt. Du kannst jetzt herauskommen, Jaina. Er ist fort. Ich habe gelernt, mich auf deine Neugier zu verlassen, mein Kind. Dieser Irre ist überzeugt, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ich habe Gerüchte gehört, dass eine Seuche in den Nordländern grassiert. Glaubt ihr wirklich, dass sie magisch ein Ursprungs ist? Viele spricht dafür. Darum musst du dorthin reisen und Ermittlungen anstellen. Ich habe eine ganz spezielle Begleitung für dich ausgesucht. Ja, Meister. Ich tue mein Bestes. Das weiß ich, Kind. Leb wohl. Das hört sich im Englisch und so überhaupt nicht männlich an, die letzten... Äh, both new, if you don't have a code, new game with a normal difficulty. Ah, wir können sogar auf insane starten. So. Aber dann haben wir glaube ich schon drei Items nicht. E, zwei, E, drei. E, zwei, E, zwei, E, drei, E, zwei, und so. E, zwei, E, zwei, E, drei, drei, und so. Ja, es wird den ganzen Welt dauern, ich habe kein Zehnfingersystem. Ich auch. Außerdem... Na gut. Aber dann ist auch noch das Problem, dass diese Codes immer und immer länger werden. Ja. Ich sehe schon. Part 40. Wir geben den Code ein. Einstundenvideo. Sehen wir was schon kommen. Wie heißt der Typ Spoilerman? Selbst Spoilerman, genau. Kennst du nicht aus 1080 Nerdscope? Guck ich nicht. Ach schade. CC2M. Oh Gott, das ist jetzt auch richtig. Da, 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 da. Da, da, da. Das, das, das. Das, 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 das. Ich muss aber gucken, was ich reinkopieren kann nachher. Du, ich kann es leider nicht kopieren. Ich kopiere nachher mal was. Fuck it. Warte. Wo war mein Fehler? Load. Ach scheiße. Okay, geben wir es mal vorne ein. Ich glaub, das möchtest du in Wirklichkeit rausschneiden, oder? Hm, nö. Vor allem, wenn der Code wirklich immer... Ja, das... Also ich werde keinen Stundenpart machen mit Code-Eingabe. G... G... Q... Können wir schlecht, weil dann müsst ihr ja auch wieder. Dann könnt ihr ja so gleich rausschneiden. Boah... L... L... U... Z... L... U... Z... 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 Ja, sie ist wahrscheinlich dauerbesoffen, weißt du? So, jetzt würde ich mir ja was wünschen, dass du mir sagst, welche Farbe das ist. Purple. Türkis. Ach, keine Ahnung. Lila. Ach, okay, ach, zu mir auch egal, Seer-tüten. Ey, was? Ich versuche das in die Messie, willst du nicht? Ich möchte einfach Spaß zu haben. Sag doch, ich hab Chana! Kannst du die exchange, ne? Oh, ich hab nen LOL gehört, das hat sich immer... Na gut, die Fähigkeiten hab ich noch. Kannst du den kommandieren, unseren Captain-Typen? Du wirst schon? Nein. Nein. Lass mal laufen. Tu auch nicht. Ich auch nicht, mir geht er auch nicht mehr. Schade, na gut. Läuft jetzt mit? Villager, Villager. Tim, bleibt einfach stehen. Ist halt die Frage, war das in der Story auch so? Nö, der hast da, der hast du den jetzt ganz normal, du hast nachher etwas stärkeren Soldaten gehabt mit diesem Aussehen. Aber bald kein Held. Achso. Oh, hier heißt die wieder bloß Kind, Kind. Seid gegrüßt, Milord. Äh. Grüß dich, Milord. Her enfant an. Mielord. Sofort! Farewell, Eschner. Ertu, Milord. Irgendjemand hat die Brücke von der anderen Seite des Flusses aus zerstört. Es gibt noch einen anderen Weg über den Fluss, aber der ist nicht mehr so sicher wie eins. Ach so ist so schlimm! Heard sich interessant an. Viel Spaß! Eine Sache möchte ich jetzt mal kurz probieren Nein, das war richtig Geschrieben Du musst es aber vorher auswählen Und dann angeben Okay, schade Ist das in der Mission vielleicht deaktiviert, weil man hier in den Mund einhört und nur rumläuft? Was? Dass das nur geht, wenn man hier Beut und sowas baut? Pfff, warte mal, ich... warte mal Let's... I... X... Change Ich konnte meinen einen Soldaten dir auch nicht geben Denn es ist wahrscheinlich hier gar nicht... hat gar nichts gemacht, ne? Hm Attack them! Do not kill the villagers Das war's... You should not pan! Pan? Seriously? Seriously? Hm... Hm... Hh... 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 Vielleicht schon die letzte Mission oder so Hört sich gut an Hh... 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 Dann würde ich mir jetzt umso mehr so machen, dass du den Namen hast Hh... 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 Ich habe leider keinen Mana... Hh... Hhh... Hh... Alle Einheiten immer im Umkreis von Jaina. Da geht's nicht richtig. Zumindest da soll man nicht lang. Da geht's schon lang, aber man soll nicht. Ich glaub, die steht im Weg. Ja, kenn ich irgendwoher. Artus May use the Holy Light spell to damage the Undead. Ja, ist mir auch klar. Ich hab diese Funktion oft genutzt. Dennoch meistens bei dem Untoten Spell. Ey, Hinterhalt! Wie geil mir das ist? So, ich zeig dir mal was. Was passiert eigentlich, wenn jetzt einer unserer hin stirbt? Ich weiß, die Quest hat verloren. Artus must to arrive, Jaina must to arrive. Ich muss mein Englisch üben. Das heißt, dass sie überleben müssen. Ja, das war meine Aussprache gerade. Schau nach. Hört sich gut an. Jaina must survive. Survive. Du musst aber dran schreiben, dass das deutsche sind, gell? Ich schreib mal für deutsche Hinterhalt, wie üblich. Aber wenn das Spiel jetzt in Englisch läuft sozusagen, mehr oder weniger, ist das halt... Ist halt ein bisschen lustiger Mischmasch, was er halt nicht irgendwie extra gemacht hat, das ist halt in Deutsch. Diese Rolle zum Beispiel ist bei mir in Deutsch. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich schau nach. Ich kümmere mich. Hört sich interessant an. Rolle? Welche Rolle? Das ist jetzt im Eventar dran, ne? Bei Artus. Scroll of Protection. Sag ich doch. Hm. Okay, wo ist es denn? Ich kümmere mich darum. Hört sich gut an. Hier steht ein Tower. Geht's denn jetzt lang? Keine Ahnung, mein Charakter folgt ja einfach. Ähm, warte mal, ich guck mal, es lässt... Ich kümmere mich darum. So viel dazu. Es ist, als würde das Land um diese Kornkammer sterben. Könnte das Getreide selbst verseucht sein? Hoffen wir, dass es nicht so ist. Diese Kisten tragen das Siegel von Andorhal. im Umschlagplatz für die nördlichen Gemeinden. Wenn dieses Getreide die Seuche überträgt, könnten unzählige Dörfer davon betroffen sein. Tjaak. Sie hat doch Kornkammer kaputt. Wir müssen auch ein paar Schwerte und ein Feuerball reißen mit das komplette Gebäude ein. Also wir sind auch gut, wa? Der Hammer kann leider nicht zuschlagen. Es sind viel zu viele Einheiten drumherum. Attack, attack! Lass den den... Oh, der Toilette ist der Sturm. Das ist so mies. Ich glaub, wir machen lieber den hier kaputt. Wir wollen ja noch ein bisschen was beschwört hier. Immer auf die Magier zuerst. Nö. Boah. Nice. Willst du eine höhere... Wachen wir nicht mit das. Ernsthaft, Blizzard? Was ist? Sie hat für diesen Zauber nicht mal eine Animation. Diesen Zauber hat sie auch im Original. Jaina ist ein Originalcharakter. Schau nach. Ich kümmere mich darum. Hört sich interessant an. Ja, gut. Es ist die Frage, wenn das bei mir abgehackt ist, ob das in einem Let's Play außerabgehackt ist. Inwiefern? Ja, bei mir ist ja deine Stimme hin und wieder abgehackt. Und mir sollte das eigentlich nichts sagen, weil das kommt ja über Dings. Ich kann mich nicht selber heilen. Und Priester macht schon. Die Unicodequad. Hört sich interessant an. Ich schau nach. Hört sich interessant an. Ich greife mir ungern aufgeweint zurück. Ihr habt es so gewollt. Deine Stimme ist bei mir ein bisschen abgehackt, teilweise. Weiter. Ja, vielleicht liegt es an Discord. Oh, Schönen darf vielleicht einfach mal probieren. Wir zeigen es diesen verdammten Skelethens hier. In dem ganzen elenden Dorf. Wir müssen eine Kornkrieg. Wir müssen eine Kornkrieg. Jetzt ist der ganze Chat im Weg. Ernsthaft, ihr überlebt alle mit 4 HP? Fickt ihr euch. Loil, ist doch der Mörser gerade. Ja, ich mag den Mörser. Man, jetzt kriege ich aber auch gerade recht Lust, das Ding zu spielen. Was? Spellforce. Fände es echt schade, dass du das nicht kennst. Oh, Intelligenz, das brauchst du. Ja, das ist für mich. Das ist fies! Intelligenz, das brauchst du mich, das brauche ich. Ja, ich brauche es halt nicht, ich bin Kevin, ich habe schon hohe Intelligenz. Geil, wie gestern. Was hat dich für eine Intelligenz zu dir? 200. Ich kümmere mich darum. Ich schau nach. Hört sich interessant an. Ich schau nach. Hört sich interessant an. Wo müssen wir hin? 2-1-Border. Steckt, meine Brüder. Fliegt und setzt die Mission fort. Leider habe ich keine Zeit zum Klaudern. Wir pflicht uns. Diese Kreatur sieht aus, als wäre sie aus verschiedenen Leichen zusammengeflickt worden. Erst töten, dann untersuchen, ja? Erst töten, dann untersuchen. Das ist sonderbar. Ist halt jetzt die Frage, für welches Spiel das eigentlich gedacht war, die Kampagne. Fürs Normale oder schon für das hier? Diese Kampagne, das ist die normale Kampagne, die wir spielen, dass hier einfach mal ein Pur, wo das geht. Ja, ja, aber ich meine jetzt, diese Karte, die Karten an sich, ob die jetzt für Frozen Throne oder was anderes gedacht sind. Das ist die Story von Waging of Charles. Ja, aber für welches von den zwei Games die Karte gedacht ist. Achso, ich schätze mal, die wird für TFT gemacht sein. Obwohl, was bei der Zeit für nichts weiß ich, dass die Karten auch so, dass sie manche Sachen verändern konnten, die eigentlich erst in TFT gehen und trotzdem war es für Waging of Charles noch. Was war das? Hm. Und der war dieser Zauberer in Schwarz. Ich glaube, der Robenträger war ein Totenbefeuer. Offenbar haben er und seine Lakaien die Seuche zu verantworten. Ich wette, wir finden ihn und die Antworten, die wir suchen, in Andorhal. Soll ich mir den Code jetzt abschreiben? Ach, lass mal. Wir kriegen das doch so, wir sind zu zweit. Okay. Gut, sei es gleich raus. Ja, bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.